Yo Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es, wie ihr schon im Titel gelesen habt, eine Klasse 1 Einkaufstour. Beziehungsweise werde ich wahrscheinlich mehr Sturmfeuerzeuge kaufen, je nachdem was es eben für Klasse 1 gibt. Es ist das erste Mal, dass ich selbst eine Klasse 1 Einkaufstour mache, das habe ich nie gemacht jetzt. Aber jetzt dachte ich mir, das ist eine gute Sache. Es gibt jetzt auch viele neue Artikel in den Läden, habe ich schon gesehen auf Instagram. Und ja, wir werden jetzt zuerst zur Ruhe überfahren, dann zu KICK, Teddy und Netto und einfach mal schauen, was es da so gibt. Für in den Läden habe ich jetzt auch ganz neu hier, also was heißt neu, es ist eine alte GoPro, die ich jetzt für im Laden mal zum Füllen benutze. Und ich bin gespannt, wie das dann so wird. Also es ist quasi auf der Probe, die ich auch für die richtige Einkaufstour sozusagen. Aber, und ja, ich will nicht so viel reden. Wir sehen uns dann bei Urua wieder, würde ich sagen. Die Tür geht auf, also rein in den Laden, Ende des Jahres, schwarze Künstler aus China und die Geister verjagen. Kilo weiße Raketen, Tüten, Böller, Batterien. Fette Vulkane, Feuertöpfe, Maskulin. Für diesen einen Tag im Jahr ist das Geld neben Sache. Stattdessen habe ich fette Böller in der Tasche und schon vor dem großen Tag brennt die Luft in der Stadt. Leuchtbukets, fette Raketen mit Klammelfast. Es ist eiskalt, weißer Schnee und alle kaufen ein. Für den großen Tag die heiße wahre Pyro vor Leid. Und entfällt da den Söhnen die erste Rakete zeigen. Wird das immer in Leinen und bleiben. Wenn dieser Bass des ersten Knallts, das durch die Adern fließt. Bin ich aufgepusht und wach, bis der Tag anbricht. Das geht an alle Pyrus, das ist unser Tag, unsere Nacht. Also wird der Himmel bunt gemacht. Lass es knallen, wir sind Pyrus vor Leid. Bald ist Silvester, wir spüren den Reiz. So, ihr habt die Impression gesehen. Also ihr hatten schon Feuerwerk auf jeden Fall. Sturmfeuerzeuge hatten die Nummer 1. Das war echt der letzte, trotz das habe ich auch gar nicht gefilmt. Ja, eigentlich hätte ich dann tatsächlich den Goldregen gekauft. Von der dezent schlechten Auswahl. Aber die Schlange war so lange an der Kasse, dass ich da jetzt drauf geschissen habe. Und wir fahren jetzt einfach weiter direkt zum Kick. Das ist unser Tag, unsere Nacht. Ich weiß noch damals, als ich vor einer Hand voll Böller saß. Sie drehte und wendete wie meinen größten Schatz. Ein Familiensortiment für die ganze Silvesternacht. Jedes Boss back gesammelt, stundenlang nachgedacht. Das wird niemand außer uns jemals verstehen. Auch wer den Funken im Blut hat, wird sich selbst darin sehen. Wenn die Tage kürzer werden, kommt es wieder, das Gefühl. Aus den schönsten Kindertagen werden die Sterne bunt verglühen. Also raus auf die Straße, lass es brennen, unser Pyroherz. Heißt mit Fireworks ein Leben für das Feuerwerk. Lass es knallen, wir sind Pyros for Life. Bald ist Silvester, wir spüren den Reiz. Kalte Jahreszeit und Schnee und Eis. Feuerwerk bis der Blutdruck steigt. Lass es knallen, wir sind Pyros for Life. Bald ist Silvester, wir spüren den Reiz. Kalte Jahreszeit und Schnee und Eis. Feuerwerk bis der Blutdruck steigt. So, hier am Kick sind es jetzt mal zwei Sachen geworden. Hier schön die Partygnummer für 1 Euro. Habe ich mal wieder mitgenommen. Ich finde die eigentlich immer lustig. Und dann hier ein recht interessantes Set. Allerdings für 5 Euro doch recht teuer. Aber mal schauen werde ich wahrscheinlich ein Testvideo dann zu machen. Feuerzeuge hatten die leider auch nur Müll. Dann vertraue ich da jetzt mal mit den Feuerzeugen ganz auf Teddy. Weil ich wollte eigentlich auch noch hier ein Sturmfeuerzeuge-Video für Silvester machen. Ihr wisst was ich mache. Aber nun gut, jetzt geht es weiter zu Teddy. Nur diese drei Tage pro Jahr. Bis sie in der Luft zerlegen, träumen wir uns auf diesen Tag. Wenn der Schwarzpulber-Duft aus dem Päckchen in die Nase steigt. Fenster auf, Lunter an, weggeworfen, harter Knall. Pyros will immer, es ist Silvester, zeigt. Auf den Straßen sorgen wir dafür, dass es heftig knallt und es blitzt. Aber wir sind nicht zu schnell gefahren. Mehr als 300 Sachen zünden wir auf der Stelle an. Pyros will immer, es ist Silvester, zeigt. Auf den Straßen sorgen wir dafür, dass es heftig knallt und es blitzt. Aber wir sind nicht zu schnell gefahren. Mehr als 300 Sachen zünden wir auf der Stelle an. Feuerstein trifft auf Gas. Funke springt über, graue Lunte spuckt Feuer. Zwischenknall immer wieder bunte Farben. Helle Lichter, lauter Blitzknall zerleger. Infiziert durch den Punkten wie ein Krankheitserreger. Bisher sind das so, Träume erstmal einkaufen gehen. Großen Grinsen im Gewicht, wenn ich die Sachen in den Wagen leg. Kleine Leben, gutes Feeling wie damals, viele bunte Päckchen, die ich barzahle. Ich kann's nicht fassen. Glücksgefühl, das alle Pyros kennen. Das Geld ist gut investiert bis auf den letzten Cent. Schnell nach Hause, alles auf am Morgen, zieht sich ab Silvestermorgen. Grau, kalte Luft, heute am besten Tag. Ich baller alle Geister weg des alten Jahres. Schaue aufgeregt aus dem Fenster. Das ist mein Abend, das ist Silvester. Pyros macht ein Heiß mit Gewitter. Lass die Erde erzittern, lass die leuchten den Winter. Pyros für immer, es ist Silvesterzeit. Auf den Straßen sorgen wir dafür, dass es heftig knallt und es blitzt. So, bei Teddy ist es hier, oh, wir sind ein bisschen dunkel. Ja, bei Teddy ist es hier nochmal so ein Feuerzeug geworden, wie ich es hier schon habe. Diesmal in Pink, weil das grüne Leiden nicht funktioniert hat. Ähm, und dann hier noch so Ninja Stars für 1 Euro. Ich habe keine Ahnung, was das ist von Deathly. Aber da steht ja irgendwie nicht drauf, was das ist. Ja, steht es hier. Ja, keine Ahnung. Ich werde sehen. Vielleicht zunächst noch zum Ende des Videos. So, das war es dann jetzt auch mit der Einkaufstour. Hier im Netto nur noch das Geisterstunde-Send mitgenommen. Klassiker, diese Riesen-Tischbombe, die sie sonst immer hatten, ist auch gar nicht. Und ja, hier bei diesen Ninja Stars hat sich herausgestellt, das sind hier so stinknormale Kreise. Dementsprechend brauchen wir da jetzt keinen mehr zünden. Feuerzeug habe ich leider auch nur das eine hier jetzt bekommen, was ich ja ohnehin schon hatte. Da werde ich wohl hier dann noch welche online bestellen. Aber dazu dann mehr in dem exklusiven Feuerzeug-Video. Und ja, dann hoffe ich doch, euch hat die kleine Tour gefallen. Und dann bis zum nächsten Video, Leute. Haut rein. Bis wo sie brennen, Funkenflut bis zum Start. Bis sie abhebt majestätisch in die Sphären der Nacht. Blackbox bis 10.000 Grad für Rohrblut. Nico Flash, Bang, Salud, Sterne kriegen bunten Besuch. Ich brauch mehr davon, will alles. Nochmal 10 Pakete, volle Tüten in den Händen. Schieß ich letztlich Raketen. Das ist mein Traum und der wird ab morgen wieder wahr sein. Erster Verkauf, sag ich will.